Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Warum ist das so? Das liegt ganz einfach daran, weil die Leute heute nicht mehr lesen wollen. Sie wollen in ganz kurzer Zeit erfassen, um was es geht. Bei diesem Sprachrohr kommt es nur auf eines an und zwar auf Stopping Power. Die Standzeit eines Bildes beträgt in der Regel nicht mal eine Sekunde beim Durchscrollen. Also muss ich es schaffen, in dieser einen Sekunde den Betrachter einzufangen. Storytelling braucht deswegen kaum Wörter, aber starke Bilder. Bei Bewegtbild ist es sogar noch komplizierter. Ich muss die Botschaft innerhalb der ersten drei bis vier Sekunden rüberbringen, um den Betrachter so festzuhalten, dass er sich den Rest des Filmes anschaut. Das ist nicht einfach. Umso wichtiger ist es, ganz klar zu kommunizieren. Wenn man denkt, dass man im Wettbewerb so alleine ist wie ich hier, dann ist man leider falsch gestrickt. Warum ist es so wichtig, dass sich Unternehmen oder Brands heutzutage mit einem eindeutigen und auf sie ausgerichteten Bildstil nach außen präsentieren? Ein eigenständiger auf den Brand zugeschnittener Bildstil erhöht die Sichtbarkeit. Es ist wichtig, dass die Marke in den allerersten Sekunden erkannt wird. In diesen Bildwelten sollte die Botschaft und die Seele eines Unternehmens eindeutig erkennbar sein. Für den Betrachter wird somit klar, was die Werte eines Unternehmens sind, weil nicht nur Hardfacts zählen. Im besten Falle wird jeder Kunde Markenbotschafter eines Brands. Das wird er aber nur tun, wenn er sich mit dem Produkt, dem Erscheinungsbild und der Botschaft dieses Unternehmens identifizieren kann.